Ein knackiges High Five in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute ist Samstag und es kommt mal ein Video, das ist natürlich nicht normal, aber ich habe mir gedacht gehabt, ich muss euch unbedingt noch meine Meinung zur Craft Zeppelin sagen, bevor das neue Update kommt und deswegen gibt es heute das Craft Zeppelin Video, ein Premium-CV, den ihr für unfassbar günstige 17.500 Duplonen erwerben könnt. Ja, die Craft Zeppelin, da haben ja schon so einige kein gutes Haar dran gelassen, das wollen wir uns natürlich in aller Ruhe angucken und ich möchte so ein bisschen reflektieren, warum sie eigentlich hier bei uns im Spiel einen ziemlich schlechten Ruf genießt, was sehr, 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 sehr schade ist. Aber bevor wir das machen, Freunde, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu ihrer Geschichte. Die Kiel-Legung war am 28. Dezember 1936 und der Stablauf am 8. Dezember 1938. Sie war 262,5 Meter lang, 31,5 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 33.550 Tonnen. Die Craft Zeppelin gehörte zur gleichnamigen Klasse, was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, es wurden zwei Schiffe für die Klasse geplant und auch angefangen. Flugzeugträger B, also ihr Schwesterschiff, wurde in Kiel angefangen, allerdings 1940 abgefragt. Dieser war noch in einem frühen Stadium. Hier mal ein Bild der Zeppelin im circa dem gleichen Baustadium, damit ihr erahnen könnt, wie weit das Schwesterschiff der Zeppelin war. Die Zeppelin war somit der einzige deutsche Flugzeugträger bis heute, der fast vollständig gebaut wurde. Über 90% wurden fertiggestellt. 1940 gab es den ersten Baustopp, um dem U-Boot-Bau die Priorität zu geben. Die Zeppelin wurde sorgfältig eingemottet, damit ein Weiterbau zügig voranschreiten konnte. Als erste Luftangriffe 1940 Kiel erreichten, wurde die Zeppelin aus Angst nach Stettin geschleppt. Nach dem Untergang der Bismarck und nach dem Angriff von Pearl Harbor wurden den Deutschen langsam klar, wie stark ein Flugzeugträger sein kann. So wurde die Zeppelin im November 1942 zurückgeschleppt und weitergebaut. Ihr alter Bug wurde durch den Atlantik-Bug ersetzt, dazu weitere Entwicklungen am Brückenaufbau vorgenommen. Um das zusätzliche Gewicht auch tragen zu können und nicht versehentlich zu kentern, bekam sie ihre typischen dicken Torpedowulste an den Seiten. Dort wurden zusätzlich auch noch weitere Treibstofftanks verbaut, so dass die Zeppelin eine deutlich weitere Einsatzreichweite hatte. Allerdings war mit dem Befehl Hitlers vom 26. Januar 1943 alle Großkampfschiffe außer Dienst zu stellen, auch das Ende der Zeppelin am 2. Februar 1943 besiegelt. Sie wurde Ende des Krieges wieder nach Stettin geschleppt, um dort als Ersatzteilspender zu dienen. Am 25. April 1945 wurde sie durch ein Sprengkommando auf den Grund versenkt. Im März 1947 wurde sie von den Rosen gehoben, anfangs als Wohnschiff genutzt und später als Testobjekt für Flugzeugbewaffnung beschossen. Im Juni 1947 wurde sie dann versenkt, wo sie bis heute liegt. Ja, die Zeppelin war ein absoluter Meilenstein und Ingenieurskunst, denn sie war nicht nur das längste Schiff, was in Europa zu dieser Zeit gebaut wurde, sondern war für ein CV auch unfassbar stark gepanzert. Dazu wurden die Hangars nicht als leichte eigene Decks wie bei den anderen Nationen gebaut, sondern sie wurden als Teil mit dem Rumpf verbunden, um diese mehr Steifigkeit zu geben. Somit waren die Hangars auch deutlich besser geschützt. Dazu war die Zeppelin der einzige CV, der Katapultstaats für die Flugzeuge vorsah. Diese Technik wird heute noch bei allen CVs angewandt, das müsst ihr euch mal überlegen. Und zum Schluss hatte die Zeppelin den leistungsstärksten Motor weltweit mit über 200.000 PS, damit sie auf eine Geschwindigkeit von 33 Knoten gekommen wäre. So rum. Ja Freunde, es zeigt auch hier wieder, dass die Deutschen ihrer Zeit einfach voraus waren, das muss man fairerweise so sagen. Hätte man die Priorität auf die Zeppelin gelegt, hätte sie kriegsentscheidend gegen England wirken können. Wir können allerdings froh sein, dass es nie dazu gekommen ist, obwohl ich es sehr, 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 sehr schade um dieses verdammt schöne Schiff finde. Ja Freunde, ich würde sie ja heben und wieder fertig machen, aber meine Frau gibt mir dafür kein Taschengeld. Ne, wirklich, ein rund, genau, ein wunderschönes Schiff. Wirklich sehr schade, dass das Teil nicht fertig gebaut wurde. Und ich hatte schon so ein, zwei Fragen bekommen, was denn hier unten diese Zacken wären. Nein, das ist kein Bagger oder sowas. Das sind diese sogenannten Void-Schneider-Antriebe. Hier habt ihr mal ein Bild davon. Die hat man der Zeppelin verpasst, damit sie, wenn sie durch den Nord-Ostsee-Kanal gefahren wäre, weil ihr seht es ja, sie ist verdammt hoch an den Seiten und auch verdammt zu, dass sie eben nicht durch den Wind zum Beispiel an die Ufer gedrückt werden würde. Und mit diesem Antrieb kann man das dann einfach verhindern, dass dann wirklich dieses Schiff wirklich in seiner Spur bleibt. So, Freunde, das war die Geschichte zum Zeppelin. Dann schauen wir uns mal an, was ich so in die Zeppelin eingebaut habe. Als erstes habe ich natürlich die Flugüberwachungs-Mod 1 drinne. Dann als zweites habe ich Luftgruppen-Mod 2 drinne. Dann haben wir das Tarn-System-Mod 1 drinne. Und zum Schluss habe ich hier nochmal Luftgruppen-Mod 3 drinne. Kommen wir zur Ausrüstung. Und ihr seht, es ist halt ein CV. Wir haben nicht wirklich was dabei. Wir haben hier natürlich die Motorkühlung dabei. Wir haben die Jäger-Patrouille dabei. Und wir haben hier Ausweichmanöver dabei, weil wir ja hier auf T7 sind. Dann gibt es hier noch die Graf Zeppelin-Flacke. Die können wir ja auch mal drauf machen. Die gab es natürlich nur in dem XXL-Paket. Aber das war ein so dermaßen hoher Preis. Selbst diese und auch die 17.500 Dublonen sind dieses Schiff einfach nicht wert. Kommen wir zu ihren Werten. Was eigentlich sehr, sehr interessant ist. Die Werte sind im Großen und Ganzen eigentlich alle besser als die von der Parseval. Weil trotzdem, ja, das würde ich sagen, dass die Parseval doch deutlich stärker als die Graf Zeppelin ist. Schauen wir uns trotzdem mal alles in Ruhe an. Wir haben hier über Leben 66 Punkte. Trefferpunkte haben mit 52.600. Eine Panzerung von 9 bis 100 Millimeter. Die Parseval hat ein bisschen weniger Leben. Die hat glaube ich 47.000, wenn wir mal hier schauen. Ne, 51.000. Also das ist alles noch im Rahmen. Aber wie gesagt, die ganzen Werte sind im Großen und Ganzen besser als die von der Parseval. Trotzdem ist die Graf Zeppelin leider, leider nicht besser. Wir haben jetzt hier das richtig Geile. Wir haben bei beiden Stukas bei den Flugzeugen dabei. Also die Junkers U-87C. Die waren tatsächlich auch für die Zeppelin geplant. Wurden auch für die Zeppelin gebaut. Wurden dann allerdings alle wieder verschrottet, wo die Zeppelin dann nicht weitergebaut wurde. Wir haben hier 2.464 Trefferpunkte. Und bei den Sturzbommern haben wir 3.812 Trefferpunkte. Also beide haben mehr. Ne, ich glaube die Torpedo-Bomben haben genau die gleichen Leben wie die von der Parseval. Aber unsere Sturzbomben haben mehr Leben als die von der Parseval. Trotzdem werden sie deutlich schneller abgeschossen. Höchstgeschwindigkeiten haben wir hier bei beiden. 189 Knoten. Größe der Angriffsstaffel bei den Torpedos haben wir 3. Flugzeuge hier in Staffel 9. Bei den Bombern haben wir 2 und 8. Erkennbarkeitsreichweite 10 Kilometer. Bei den Sturzbombern 9,3 Kilometer. Flugzeugweidungszeiten 65 Sekunden bei beiden. Torpedo-Höchstschaden 6.230. Bombenhöchstschaden 7.828. Ich glaube das ist bei beiden, glaube so um die 400 Schaden mehr als bei der Parseval. Allerdings haben wir bei der Zeppelin deutlich langsamer Torpedos. Wir haben 48 Knoten-Torpedos. Bei der Parseval haben wir 58 Knoten-Torpedos. Also das ist ein 10 Knoten-Unterschied. Das ist schon ordentlich. Torpedo-Reichweite 6 Kilometer. Artillerie haben wir hier 7. Das brauchen wir uns im Großen und Ganzen nicht durchlesen. Weil das Traurige ist, man hat der Zeppelin eben nicht ihre krasse Secondary gegeben. Wir haben hier die 105 Millimeter. 6x2 105 Millimeter. Feuerreichweite 5 Kilometer. Also hier wäre es halt geil gewesen, wenn man der wirklich mal so 810 Kilometer gegeben hätte. Sprenger, Nullschaden 1200, Brandwahrscheinlichkeit 5%. Dann nochmal 8x2 150 Millimeter. Auch 5 Kilometer Reichweite und 9 Sekunden Nachladezeit. 2700. Sprenger, Nullschaden und Ahruch 8%. Quatsch, 8% Brandwahrscheinlichkeit. Flugabwehr 75 hat sie hier deutlich weniger als die Parseval. Die Parseval hat glaube ich um die 80. Wir gucken mal. Ja, nee, Quatsch. 97 sogar. Also hier ist auch ein riesen Unterschied zur Parseval. Da sind unsere Schwächen. Manövierfähigkeit 32 Knoten, obwohl sie 33 Knoten fahren konnte. Also ich weiß nicht, was hier Wargaming sich schon wieder gedacht hat. Wende-Kreisradius 1140 Meter. Ruderstellzeit 13,7 Sekunden. Tarnwert haben wir auch einen besseren als die Parseval. Genau, Parseval. Wir haben hier 10,4 Kilometer. Die Parseval hat 10,6 Kilometer. Erkennbarkeit zur Luft 7,6 Kilometer. Und eine garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer. Ja, Panzerraum brauchen wir uns eigentlich im Großen und Ganzen nicht angucken. Wir haben eine Zitadelle, die eigentlich recht klein ist. Zumindest hier von der Länge her. Breite, ja. Aber ihr wisst, die Deutschen sind wirklich ziemlich schwierig zu zittern. Also die Parseval würde ich gerade sagen. Die Zeppelin kann auch wirklich gut einstecken. Übersicht. Panzerbrechende Bomben. Flugzeuge mit Panzerbrechenden AP-Bomben. Hoch-Oktaniger Treibstoff. Die Flugzeuge sind mit einem stärkeren Motorboost ausgestattet. Präzisionsbomben. Flugzeuge mit Präzisionsbomben. Also ich weiß nicht, was sie uns hier verkaufen wollen. Weil Präzisionsbomben sind das definitiv nicht. Ähm, die Bomben der Zeppelin sind glaube ich die streufreudigsten Bomben im ganzen Spiel. Also das ist eine Frechheit hier zu sagen, es wären Präzisionsbomben, obwohl es gar nicht der Fall ist. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, und das habe ich auch Wargaming schon gesagt, ich finde es eine Frechheit, sowas zu behaupten, obwohl es absolut dem Gegenteil entspricht. Ja, jetzt kommen wir mal kurz zum Zollgraf Zeppelin. Warum hat sie so einen schlechten Hof? Die Zeppelin hat zwei riesen Nachteile. Die Flugzeuge haben einen unfassbar unrealistischen riesen Wendekreisradius. Und das ist das größte Problem der Flugzeuge, denn durch diesen riesengroßen Wendekreisradius werden eure Flugzeuge einfach unfassbar schnell vom Himmel geholt. Und ihr habt im Großen und Ganzen meistens wirklich nur die Möglichkeit ein einziges Mal drauf zu fliegen, wenn sie nicht schon Feuer runtergeholt werden. Was halt sehr, sehr fragwürdig ist und sehr komisch ist, dass die Flugzeuge der Zeppelin mehr leben, als die von der Paserval haben, trotzdem deutlich, deutlich schneller runtergeschossen werden. Und hier kann ich euch sagen, dass Wargaming schon bestätigt hat, dass man sich die Paserval, äh die Paserval, die Zeppelin nochmal anschaut. Also sie ist auf der Liste, um hier nochmal nachzugucken, was man nochmal verbessern könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Wendekreisradius an sich gar nicht so verkehrt. Aber dann würde ich einfach sagen, dann gibt doch der Zeppelin einfach mehr Flugzeuge aufsteckt. So wie bei der Nakaga, dann wäre das in meinen Augen alles vollkommen in Ordnung. Man muss die Zeppelin aber leider anders bewerten. Wenn die Zeppelin wirklich als globales Schiff, so wie die Saipan und wie die Kaga gekommen wäre, dann wäre das alles so weit okay. Und man hätte dann sagen können, alles klar, komm, wir schauen uns das nochmal an. Die Flugzeuge kriegen vielleicht ein bisschen besseren Heal, beziehungsweise werden nochmal ein bisschen besser angepasst, dass sie eben nicht so schnell runterfallen. Dann wäre alles super und in Ordnung. Nein, das Problem ist, die Graf Zeppelin kostet 17.500 Duplon. Das ist ein Haufen Geld. Wir können, komm Freunde, wir gehen mal in den Shop, damit wir uns mal vor Augen halten können, was das an Geld wirklich ist. Ähm, hier 17.500, gut, wir würden jetzt hier noch 3.000 Duplon obendrauf kriegen. Haben wir nicht auf 15.000 irgendwo gehabt? Ne, also sagen wir mal, gehen wir mal 10 Euro runter. Gehen wir mal so auf 54,99 Euro. Und sagen wir mal, um die 50 Euro kostet, die Graf Zeppelin. Das ist ein Haufen Holz, Freunde. Da kriegt ihr schon AAA-Spiele für. Und ja, und im Großen und Ganzen ist sie einfach eine schlechtere Parsewahl. Und das ist einfach eine Frechheit seitens Wargaming. Das ist wirklich eine Frechheit, weil, ähm, warum soll ich 17.500 Duplon investieren, wenn eine Parsewahl im Großen und Ganzen eigentlich alles besser kann? Warum soll ich 17.500 Duplonen für ein Schiff investieren, was somit der Inblecable wirklich so das Schlüssellicht der 700 CVs sind? Ich finde es nicht gut und ich habe auch schon Wargaming gefragt, warum man sich bei der Graf Zeppelin dazu entschieden hat, sie für Duplonen zu bringen und eben nicht als Büroprojekt, so wie die anderen auch, so dass wirklich jede Nation, ähm, ein Fairness, ja, Fairness halber die gleichen Rechte hat. Und daraufhin hat mir Wargaming leider keine Antwort gegeben. Also mir wurde nicht gesagt, warum man sich dafür entschieden hat, eine Graf Zeppelin, ähm, als Duplonenwert zu bringen und die anderen als Büroprojekt zu bringen. Ich denke mal, das ist aber wie gesagt nur meine Vermutung, man hat das einfach gemacht gehabt, weil die Spieler auf die Graf Zeppelin einfach sich am meisten gefreut haben und sie hat einfach so von dem, von dem, ähm, wie soll ich das sagen, Erkennbarkeitswert her, einfach den höchsten Anspruch, ne? Also das muss man einfach so sagen, jeder kennt die Zeppelin, jeder feiert sie irgendwo auf PC mit der Secondary, hat man natürlich krasse Videos gesehen, wo die Leute einfach mit dem Ding nach vorne gefahren sind und die Secondary hat einfach alles niedergemäht, das haben wir natürlich bei uns nicht, bei uns wurden sie mal, wurde sie mal wieder so kastriert, dass sie im Großen und Ganzen einfach leider, leider unterdurchschnittlich ist. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie jetzt in ein paar Runden getestet, ähm, ihr dürft euch hier nicht wundern, dass ich nur 8800 LITP habe, ich habe nämlich nochmal globale umgewandelt gehabt, deswegen ist sie auch meine Basisarbeit bei Null. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist okay. Ich würde halt wirklich den, den, den Wendekreisratus von den, von den Fliegern etwas herabsetzen oder wenn man das so lassen möchte, dann einfach mehr Flugzeuge aufs Deck stellen. Dann wäre das für mich absolut okay. Trotzdem finde ich 17.500 Dublonen für dieses Schiff einfach nicht gerechtfertigt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Sie hat keinen, keinen wirklichen, eigen, ja, wie soll ich sagen, eigenständigen Merkmal. Ich weiß, ich komme gerade nicht aufs Werk. Sie hat einfach keine charakteristische Eigenstellung. Ja, die Bomber haben ein anderes Zielsystem, das finde ich persönlich geil, gefällt mir auch viel besser als das von der Parseval, aber das war es im Großen und Ganzen schon, ne. Und die Flugzeuge fliegen halt, beziehungsweise die Flugzeuge werden einfach unfassbar schnell runtergeholt und das finde ich halt sehr, sehr schade. Also man muss mit der Zeppelin, man kann mit der Zeppelin wirklich gute Runden fahren und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich viele gute Runden mit ihr gefahren, aber man muss sich deutlich mehr anstrengen als bei den anderen CVs, um überhaupt auf dieses Niveau der anderen CVs zu kommen. Und das finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Ich bin einfach ein Fan davon, dass alle CVs auf einer, auf einer Niveaulinie sind und da fehlt die Kraftzeppelin und auch die Implecable. Gut, die Implecable habe ich jetzt nachher den Buffen noch nicht gespielt, aber die zwei, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sonst so halt, ähm, ja, sind aus dem Niveau so ein bisschen herausgefallen und waren halt wirklich unterdurchschnittlich. Gut, ne, Shukaku war natürlich auch unfassbar unterdurchschnittlich, aber nach dem Buffen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Shukaku wirklich in Ordnung geworden. Also die ist jetzt wirklich in diesem Niveau-Grad drinne oder in der Niveau-Blase drinne und, ähm, Zeppelin und Implecable, wie gesagt, Implecable will ich mal außen vor lassen, weil die habe ich nach dem Buffen noch nicht gespielt, aber die Zeppelin fällt auf jeden Fall darunter und da muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen was passieren. Gut, schauen wir uns nochmal meinen Kapitän an und dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal ins Gefällt. Ich habe als Inspiration Space Fischi, um die Geschwindigkeiten der Lopedos nochmal zu erhöhen und dann habe ich Iona genommen, um die Flugzeugwartungszeiten zu reduzieren. Dann haben wir als Basisfähigkeit hier Nachladezeit der Secondary-Batterie, dann habe ich hier Flugsverbotshunde genommen, Einzelfahrschein, außer Sichtweite schwerwiegende Folgen und zum Schluss habe ich nochmal vollständig verpackt genommen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns mit der Craft Zeppelin gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Craft Zeppelin. Wir sind hier falle Herrschaft unterwegs. Bekleidet werde ich von Venom in seiner Jean Bart und den Luca in seiner Wichita. Wir haben einen Blackable, eine Kurfürst, eine Republic, eine Vanguard, eine Rischöö, eine Kneisen, eine Cleveland, eine Mogami und eine Z23 im Gegnerteam. Ich sehe gerade Spottedgecko, ein CC-Kollege aus Kanada, ist auch bei uns im Team. Schöne Grüße gehen natürlich raus. Und bevor wir jetzt hier loslegen, würde ich sagen, hauen wir schnell die Werbung raus. Diesmal wieder mit dem Probierpaket. Ich kann euch sagen, am 29. oder 30. oder 31. Auf jeden Fall Ende des Monats bringt Holy ein Eistee raus, ein koffeinfreien Eistee. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe mal, dass ich da auch ein Probierpaket bekomme und kann euch dann berichten. Ich sage ja immer wieder, schaut, was euch gefällt. Also beziehungsweise holt euch das Probierpaket, damit ihr sehen könnt, was euch gefällt. Und dann könnt ihr gerne zuschlagen und mit denen kurz ein bisschen was sparen. So, wie ihr seht, haue ich hier schon mal einen Free-Drop raus, um hier einfach meine Flugzeuge zu schützen. Beziehungsweise damit ich zum Schluss der Runde noch mehr wie genügend Flugzeuge habe. Und hier merkt man schon das Erste, was mich massiv enttäuscht. Erstens habt ihr gerade gesehen, sehr präzise Bomben. Es ist einfach nur lächerlich. Es ist einfach eine ziemlich bescheidene Aussage, was hier Wargaming trifft. Weil präzise sind die Bomben definitiv nicht. Und sie fliegen halt, ihr seht es, immer wieder oder meistens an den Kreisrand. Was ich halt geil finde, dass wir hier so einen kleinen Kreis haben. Das hat die Parzival nicht. Da haben wir ja eher das Oval. Hier haben wir einen schönen Kreis. Das mag ich sehr gerne. Das gefällt mir bei der Kraftzeblin deutlich besser als bei der Parzival. Was mich massiv enttäuscht, ist der Jericho-Sound. Oder Jericho-Sound von den Trompeten. Beziehungsweise der Sound von den Jericho-Trompeten. So rum. Der ist massiv leise in dem Spiel. Kommt viel zu spät. Also der kommt erst, wenn die Stukas im Großen und Ganzen schon im Endflug sind. Die kamen eigentlich beim Sturzflug. Jetzt hätten sie schon kommen müssen. Jetzt müsste sie hier schon richtig Miao machen. Macht sich. Es klingt alles sehr blechernd. Es ist sehr, sehr enttäuschend. Und das ist für mich persönlich eigentlich der einzige Grund gewesen, warum ich mir zum Beispiel eine Kraftzeblin gekauft hätte. Da hat Wargaming auch auf ganzer Linie versagt. Das habe ich natürlich Wargaming auch schon geschrieben gehabt. Und die Antwort von Wargaming war, nein, das ist so gewollt. Dass es so spät kommt und so leise ist und so bescheiden klingt. Weil es sonst sehr störend wäre. Hallo? Es ist ein Stukasound. Wo ist denn ein Stukasound störend? Das ist Porno im Gehörgang, Alter. Das ist das geilste Geräusch, was es auf dieser Welt gibt. Am liebsten würde man sich wünschen, dass man, wenn man mit seiner Frau ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, dass die genauso klingt, wenn die am Höhepunkt ist. Oder, mal ganz ehrlich, also, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Das muss ich hier mal ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Ich bin sehr enttäuscht, dass der so saumäßig leise ist. Es wird sich leider nicht ändern. Gut, kommen wir jetzt trotzdem zur Craft 7, was noch ihre großen Probleme sind. Erstens, wie gesagt, der riesen Wendekreis von ihren Flugzeugen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt sehen oder ob ich meine Flugzeuge zurückschicke. Ich glaube, ich schicke sie zurück. Jawohl. Zwei Torpedotreffer auf die Cleveland waren es, glaube ich, oder auf die Attacken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ihr habt es natürlich eben gesehen. Erster Anflug auf den Kurfürsten. Direkt einfach alle Flugzeuge verloren. Gut, wir sind auch nur mit zwei Flugzeugen hingeflogen. Aber trotzdem habt ihr gesehen, was halt die Schwächen sind. Wie gesagt, der Wendekreisradius ist sehr bescheiden. Was ich auch sehr, sehr stark bemängele bei der Craft Zeppeli. Dass die Wartungszeiten so unfassbar hoch sind. Beziehungsweise die Einsatzbereitschaft wieder so dauert. Also wenn wir jetzt attackieren, haben wir ja in Anführungszeichen diesen Cooldown rechts. Bis wir wieder angreifen können. Und das ist bei den Flugzeugen von der Zeppelin unfassbar hoch. Dass man wirklich extrem lange braucht, bis man überhaupt wieder angreifen kann. Das finde ich überhaupt nicht gut gelöst. Also da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Wie gesagt, der Wendekreisradius kann von mir aus so bleiben. Aber dann muss, wie gesagt, die Einsatzbereitschaft wieder deutlich schneller da sein. Und zweitens, da würde ich einfach ein bisschen mehr Flugzeuge ausgedeckt bringen. Was ich aber sehr, sehr geil finde, ist der Durchschlag von diesem Bumpen. Jetzt gehen wir hier auf den Kurfürsten. Zack, Zitadelle. Also ihr könnt mit den Stukas richtig schön tief fliegen. Und macht wirklich fast ausschließlich mindestens eine Zitadelle. Das finde ich halt sehr, sehr geil. Das ist so ein kleiner Pluspunkt gegenüber der Paseball. Da tut man sich schon ein bisschen schwerer mit der Paseball, als sich das drücken. Also das finde ich bei der Craft Zeppelin schon geiler. Ich weiß nicht, ob die Stukas eventuell den besseren Pennen haben. So, fliegen jetzt hier nochmal auf den großen Kurfürsten. Und zack, wieder eine Zitadelle. Also ihr seht es, die Zitas kann sie wirklich gut machen. Das kann sie wirklich, wirklich gut. Also es gibt auch positive Aspekte der Craft Zeppelin. Aber für Leute, die sich sagen, ich bin mir noch unschlüssig, ob ich sie mir hole. Ich würde erst mal warten. Wargaming hat ja bestätigt gehabt, dass sie auf der Liste steht. Dass sie nochmal überprüft wird. Ich denke, dass da auch nochmal ein bisschen was passieren wird. Ich würde einfach so lange warten, bis der Buff in Anführungszeichen kommen wird. Wenn es ein Buff wird. Aber ich würde, wie gesagt, erstmal warten, bis Wargaming da vielleicht nochmal nachgeschaut hat. Was da das Problem an der Craft Zeppelin ist. Weil, was ich wirklich sehr komisch finde, dass die Flugzeuge mehr TP haben. Und trotzdem mit am schnellsten von allen Flugzeugträgern runtergeholt werden. Das finde ich halt ein bisschen komisch. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz so richtig. So. Wie gesagt, zwei Torbenos, wollte ich gerade sagen. Zwei Zitter schon auf den Kurfürsten gedrückt. Da ist die Cleveland. Die fliegen wir jetzt hier mal an. Ist natürlich auch ein Risiko, weil die Cleveland eine ziemlich gute Flack hat. Na. Sie bremst ein bisschen ab. Und dahinter steht die Atago. Aber das sieht gut aus, Freunde. Also zwei sollte sie sich auf jeden Fall gönnen. Ja, das sieht gut aus. Zack, zack. Zwei Torbenos, Wassereinbruch. Und ihr seht jetzt, guckt euch diesen riesen Wendekreisradius an. Und das ist halt ein riesen Problem. Weil genau in dem Moment werden euch einfach massiv die Flugzeuge runtergeholt. Das ist wirklich nicht schön. Ja, jetzt dreht sie wieder ein. Und ich dachte, okay, die wird, die wird da beachen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen weiter nach links gegangen. Aber, ja, doch, einen sollte sie kriegen, oder? Oh, hat die ein Glück. Hat sie ein Glück. Eklig. Schade, ich hätte sie doch ein bisschen weiter rechts setzen sollen. Dann hätte sie auf jeden Fall einen genascht. Aber das ist nicht schlimm. Ja, wie gesagt, der Sound von den Stukas ist halt auch eine riesen Enttäuschung. Also, ganz ehrlich, Wargaming. Macht das Ding sattig. Auf dem PC klingt das deutlich besser. Ich habe zwar die deutschen CVs schon Ewigkeiten mehr auf dem PC gespielt. Muss ich demnächst unbedingt mal wieder machen. Aber ich bin der Meinung, dass es auf dem PC deutlich klarer klang. Und auch einfach wirklich, wie Stukas auch sich richtig angehört hatte. Also, da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Das klingt scheiße. Das klingt einfach scheiße. Das brauchen wir nicht schönreden. Das klingt scheiße. So, da ist die Republik. Oder Republik. Die fliegen wir jetzt auch mal angucken, ob wir da auch Zitas drauf knallen können. Fliegen schön tief. Schmeißen schön hinten rein. Und zack, wieder eine Zita. Also, ihr seht's. Die Zitas kommen wirklich am laufenden Band bei der Zeppelin. Also, das finde ich wirklich geil. Das habe ich so bei der Pasoval nie gehabt, bin ich ganz ehrlich. Gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Bomben bei der Pasoval nur mal ein Tickchen mehr streuen. Aber wie gesagt, Präzisionsbomben sind das definitiv nicht. So. Und wieder eine Zitadelle. Also, wir sammeln hier Zitas ohne Ende. Der Venom fährt da vor mit seiner Jombard. Und möchte hier die Republik ein bisschen beliebäugeln. Aber ihr seht's schon, ne? Auch wieder so typische Jombard. Spielt sie jetzt nicht von Venom, sondern von der Republik. Schön einfach rückwärts fahren. Gut, er hat jetzt hier auch keine andere Möglichkeit mehr. Das muss man fairerweise sagen. Er ist ja anfangs gepusht. Aber er zieht sich natürlich jetzt rückwärts zurück. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn er dann doch Motorbus gezündet hätte und dann einfach umgedreht hätte. So, wir werden natürlich jetzt hier nochmal auf die Republik gehen. Aber sie sind einfach nicht die Schnellsten, ne? Sie sind wirklich nicht die Schnellsten. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ja wirklich viel Feedback von euch gelesen. Ich war ja im Urlaub zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskam. Und habe mir natürlich auch das Video von Venom angeguckt, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Also ich sage auch nochmal einen großen Dank an die Mods, dass sie sich die Zeit genommen haben und für euch da Videos gemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen, dass die Jungs das einfach nicht oft machen. Und natürlich das nicht so routinemäßig drin haben, wie ich das jetzt zum Beispiel mittlerweile mache. Ihr müsst mal überlegen. Ich mache das mittlerweile seit drei Jahren. Da ist das wirklich Routine. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, wo ich mein allererstes Video aufgenommen habe, das habe ich glaube fünf, sechs Mal löschen müssen, weil ich mich da so dermaßen fasselt habe. Das ist einfach so, ne? Man ist aufgeregt. Man weiß nicht, was man sagen soll. Das... Jaaaah! Oh, schade. Schade, schade, schade. Ich dachte, wir sehen einen Torpedominster auch noch mit. Aber nein. Leider, leider nicht. Ja. Trotzdem. Ähm. Sehr, sehr viel negative Kritik, was die Kraftzevelien angeht. Und viele sagen halt, sie wäre unfassbar. Also wirklich eine absolute Katastrophe. Und richtig scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie okay. Sie ist nicht wirklich gut. Aber sie ist okay. Also man kann mit ihr wirklich was reißen. Sie ist nicht grottenschlecht. Aber sie ist einfach, wie ich es ja im Infoteil schon sagte, den anderen Shiften doch etwas unterlegen. Man muss sich deutlich mehr anstrengen mit der Kraftzevelien. Was ich persönlich aber wiederum geil finde. Weil dann ist wirklich Action pur angesagt. Und das macht mir persönlich einfach Spaß. Ich liebe CVs. Ihr wisst, ich fahre von meinem Leben gerne CVs. Und viele sagen ja auch immer, au, der Adler aus dem Gegner-Team im CV, das wird dann böse. Klar verkacke ich es auch immer wieder, keine Frage. Aber ich fahre sie gerne. Und ich denke, ich bin auch ein ziemlich guter CV-Fahrer. Das würde ich schon behaupten. Mir macht sie Spaß. Ich finde sie in Ordnung. Also sie ist okay. Aber es muss wirklich noch ein bisschen was nachgelegt werden. Jawohl. Republik haben wir jetzt hier endlich versenkt. Also es muss wirklich ein bisschen was passieren an der Kraftzevelien. Dass sie einfach hier wirklich auf Augenhöhe mit den anderen ist. Weil man muss einfach bedenken, das habe ich Wargaming auch geschrieben gehabt. Man muss bedenken, dass sie halt 17.500 Duplonen einfach hier verlangen. Und ich finde es auch irgendwo fragwürdig, weil wenn ihr euch an die AL-Zeit erinnert, ich glaube letztes Jahr, wo die AL Baltimore kam, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, kam ja die AL Baltimore und hier dieses andere Ding hier, dieser AL Montipilé oder wie es das Ding hieß, die haben nur 15.000 Duplonen gekostet. Warum kosten jetzt auf einmal plötzlich die 7 Schiffe 17.500 Duplonen? Also einfach nochmal kacken, 30.000, 2500 Duplonen ohne irgendwelche Begründung draufgelegt. Das finde ich nicht in Ordnung. Zack, hier gibt es jetzt hier den Lauf-Di-Vengard. Da muss ich mal so ein bisschen meine Wut mal freien Lauf lassen. Es tut mir leid, Vengard. Aber du musstest jetzt hier einfach mal, ähm, ja, dran glauben, ne? Also ihr seht, Zitas machen kann das Ding wirklich, wirklich geil. Da habe ich echt gar keine Probleme. Selbst bei amerikanischen Schiffen hat mich das gewundert, dass ich da wirklich sehr, sehr gut durchkomme. Das ist ja sonst immer so eine, ja, wie soll ich sagen, immer so ein Ding gewesen, wo man sagt, boah, das ist echt knackig, gerade die Haightier-Amis. Aber gar kein Problem. Die Amerikaner, die kriegen da genauso ins Gesicht wie alle anderen auch. Und das gefällt mir. Also der Bomben-Schaden oder die Penetration von den Bomben ist einfach unfassbar geil. Gefällt mir richtig gut. So, mal gucken, ob wir hier die Vengard noch stauben können. Oh, nein, da kommen die Kugeln geflogen, die Kanaten. Nein, Gascot, ich mag dich nicht. Dir helfe ich nicht. Hoffentlich wirst du versenkt. Ich fliege jetzt zurück. Natürlich mache ich das nicht. Aber es hat mich trotzdem gerne gemacht. Ich hätte gerne noch einen Krieg gehabt. So, dann gehen wir mal. Ich glaube, ich bin jetzt hier auf die, ähm, wie heißt sie, auf die Kneisenau gegangen, weil die Kneisenau einfach eine deutlich schlechtere Flak hat als die, äh, Recherie. Deswegen haben wir uns jetzt hier die Kneisenau angeguckt. Und die Kneisenau hat hier auch noch schön viel Leben. Und ihr seht, es ist doch eine sehr ausgeglichene, aber für mich irgendwie ruhige Runde. Also ich fand die Runde sehr entspannt. Eins, zwei, drei, aber leider kein Wassereinbruch. Gut, es sind halt auch alle Torpedos in den, ähm, Torpedogürtel gegangen, beziehungsweise in den Torpedowulst. So, wir holen jetzt hier nochmal unsere AP-Böhmchen raus. Ah, ich hoffe, dass ich an die Kneisenau nochmal komme. Aber ich glaube, ich bin dann doch tatsächlich die Recherie angeflogen. Weil sie da nämlich gerade so übelst gefressen hat, die Kneise. Genau, und dann habe ich mir gedacht, alles klar, komm, da brauchst du zur Kneise auch nicht mehr fliegen. Nicht, dass er jetzt bis dahin nach hinten fließt und, ähm, ja, machst dann gerade wieder deinen Anflug und das Ding ist dann einfach fett. Das wäre halt doof. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, nehmen wir Recherie. Er hat sie aber stehen lassen. Also wir hätten wahrscheinlich die Kneise doch noch kriegen können. So, gehen jetzt hier nochmal schön auf die Recherie. Ah, ein bisschen früh abgeschmissen. Zwei Durchschläge gemacht. So, und ihr seht's, ne, also der Wendekreis, der ist einfach eklig. Der ist wirklich eklig. Hätten wir andersrum gedreht, hätten sie wahrscheinlich nochmal besser anfliegen können. So, aber Nuka hat sie hier schön mit HE penetriert, dass sie ihn halt so gut wie keinen Flagg mehr hat. So, drehen jetzt hier nochmal. Ja, komm schon. Nein, Gekko, was soll denn das? Du bist ein ganz, ganz größer CC, ja. Das will ich nur mal gesagt haben. So, wir ziehen natürlich jetzt hier unsere... Ich will eins Passivall sagen. Es tut mir leid, Freunde. Ich ziehe natürlich jetzt hier meine Kraft-Zeppelin auch mal nach vorne. Richtung B. Ein Blackwell futtert natürlich da jetzt Routen, die von Nuka. So, komm schon. Ja, unsere Flugzeug werden natürlich jetzt hier schnell runtergeholt, aber vielleicht sollten wir hier mit zwei Flugzeugen angreifen können. Jawohl, Nuka hat hier klar einen Himmel gekriegt. Ein Durchschlag, ein Abraller. Jetzt nehmen wir nochmal unsere Turpidos, weil ich denke, danach werden Nuka und Gekko das Ding hier versenken. Und wir haben hier auch nur eine Minute Zeit. Aber ihr seht, wir sind bei 93.964 Schaden. Also wir können uns echt nicht beschweren. Wir können uns wirklich nicht beschweren. Also das Schadensopudel ist in Ordnung. Da kann man sich nicht beklagen. Flugzeug-Drehung, ja, das kann wirklich nochmal bearbeitet werden. Es muss auf jeden Fall geschaut werden, warum die Flugzeuge so unfassbar schnell vom Himmel geholt werden. Gegenüber den anderen. Also da stimmt irgendwas nicht. Aber sonst ist die Kraft-Zeppelin in Ordnung. Sie ist wirklich in Ordnung. Und wenn die Sachen noch gefixt werden, dann kann man sie sich auf jeden Fall holen. So, Wassereinbruch hat jetzt hier die Implagable. Oh, Gekko, wie, du klaust mir schon wieder den Kill. Ja, den kannst du auch nicht löschen. Perfekt. Also der Ticker durch. Sind jetzt hier bei 102.000 Schaden. 103.000 Schaden. Aber ich denke, das wird es auch gewesen sein. Ja, Gekko schießt und klaut uns hier wieder den Kill. Schade. 105.424 Schaden haben wir mitgemacht. Also wirklich eine super Leistung mit ihr. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Komm, mach mal hier weg. Einen Schiff versenkt. Fünf zieht das. Einmal verteidigt. Schauen wir mal, welchen Platz wir gemacht haben. Platz drei. Mit 2.143 Basis-EP. Luca erster sogar. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es immer letzter. Und Gekko ist weiter. Und 304.122 Credits plus gefallen. Fazit zum Schluss. Also aktuell ist die Kraft-Zeppelin okay. Sie ist wirklich vom Niveau her wirklich ein bisschen unterdurchschnittlich. Sie hängt da den anderen CVs wirklich ein bisschen nach. Aber für 17.500 Duploten ist es im Großen und Ganzen halt wirklich eine Frechheit. Sie hätte als Büro-Projekt kommen können. Dann hätte man wirklich da ein Auge zudrücken können. Wenn die Sachen wirklich ein bisschen gefixt werden. Ich sag mal, dass der Wendekreis-Radius ein bisschen kleiner wird von den Flugzeugen. Dass die Flugzeuge nicht ganz so schnell vom Himmel geholt werden. Da kann man sie sich auf jeden Fall holen. Und man wird mit dem Ding einfach Spaß haben. Weil die Bomben persönlich gefallen mir besser als die von der Passerwahl. Auch wenn man nur mit zwei Bomben angreift. Trotzdem ihr seht, man haut da wirklich, zieht das raus. Und das ist wirklich eine wahre Pracht. Und das macht einfach Spaß. Also wie gesagt. Ich würde einfach für die Leute, die jetzt wirklich die ganze Zeit am überlegen sind. Hole ich mir die Kraft-Zeppelin oder nicht? Ich würde einfach noch warten. Weil Wargaming hat ja bestätigt gehabt, dass sie auf der Liste steht. Wann das natürlich soweit ist, kann ich euch nicht sagen. Aber ich würde einfach trotzdem warten. Und schauen, was Wargaming jetzt mit der Kraft-Zeppelin noch ein bisschen verändert. Und dann würde ich zuschlagen. Also man bereut den Kauf im Großen und Ganzen nicht. Sie ist okay. Man muss sich halt ein bisschen mehr mit ihr anstrengen. Also wirklich für erfahrene CV-Fahrer, die werden mit den Dingen genauso gute Erfolge fahren wie mit den anderen Dingern auch. Für eher Unerfahrenen, die sagen, oh ich möchte trotzdem mit der Kraft-Zeppelin, wartet ein bisschen. Weil ihr werdet sonst doch ein bisschen viel Frust haben. Ja Freunde, dann würde ich natürlich noch meine Kanalmitglieder begrüßen. Den D.MA. Ich denke mal, das soll D.MA heißen. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns Montag, ca. 18 Uhr in dem Update-Livestream wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut! Und habt natürlich ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Adlerwache.